Hallo YouTube und hier ist wieder euer Sander und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige Legenden. Ja, und hier sind wir wieder im Wolfsbau. Und ja, beim letzten Mal ist die Eisdicke gefroren, das heißt wir müssen uns jetzt immerhin keine Gedanken mehr über Barbaren machen. Das heißt wir können jetzt ein bisschen bauen, sagte er als die Barbaren kommen. What the fuck? Ohne Scheiß, ne? Holy shit, das sind so viele, ne? Wer ist welche, Alter? Ah, jetzt hätte ich nicht gehört, was er gesagt hat. Die greift nicht lange an, das Set. Ohne Scheiß. Äh, nein, genau, das meine ich nicht. Das hier, scheiß, ne? Das ist ja wieder richtig nervig. Haltet Wache! Ähm, ja genau, und ihr drei, komm mal. Wir kommen halt schon wieder, ne? Äh, oh mein Gott. Jetzt kommen die Wölfe auch noch. Wo sind sie denn? Ah, Alter, nein, nicht den Leib eigener, nicht den Leib eigener, nicht den Leib eigener. Oh, fuck's. Das ist so, dass noch aussieht es dann. Wie war das, mit dem ich fährt? Ach, das ist so hinüber. Nein. Ich hoffe, die lassen das auch dabei. Oh, was? Nein! Ja, ohne Scheiß, ne? Drake! Ja, aber sicher. Ey, läuft wieder weg, läuft wieder weg, läuft wieder weg. Ja. Es ist Zeit. Hm, okay, wir haben schon mal ein Aussichtsturm verloren. Ja. Ah, da wurde ich einfach zu Lissensicherheit gewogen, glaube ich, gerade. Äh, eine Casenna haben wir schon, ne? Ich glaube, ja. Taktik, wir können doch schon einen Schießplatz bauen. Das ist, ne, das Stehen ist ja Taktik, ist das hier, ne? Ähm. Ich bin doch irgendwie so gerade, so ein bisschen, keine Ahnung, was ich machen soll. Ach, der hier ist fast hin, ne? Sind die anderen alle? Halt, hilf in Ordnung. Einer eurer Helfen steckt in Schwierigkeiten. Ja, Bobbenstein, aber ist egal. Ich weiß halt nicht, was ich mit dem machen soll. Oh, lol. Was habt ihr? Was ist denn euer Problem, Alter? Was, Drake? Drake ist da. Ja. Drake, schieß mir einen rein. Irgendwo hier rein. Irgendwo hier rein. Boah, so ein langer Schuss. So. Ihr sollt halt nur... Oh mein Gott, okay, die Wölfe werden jetzt ein Problem. Wie ihr wünscht. Ah, die scheiß Wölfe, ne? Ach, Gottchen. So scheiße, wir dann... Ähm, ja. Hab ich bemerkt. Ähm, so, was haben wir denn für Minen und so? Brauchen wir irgendwas ganz dringend? Leben wäre ja nicht schlecht. Ich bin oben in der Nebengrube, ne? Ihr baut mal eine Ziegelhütte daneben oder so. Genau, am besten hier oben drauf. Gleich daneben einfach. Äh, die Wölfe müssen jetzt erstmal... Die muss ich mich jetzt erstmal kümmern, ja. Die nerven mich ein wenig. Okay, und jetzt zurück zu dem Turm. So, die machen da... Hier. Nope. Also, ihr repariert mal das da. Ach, scheiße, Alter. Hm, das ist schlecht. Ich weiß halt nicht, wenn wir stehen ist, ja, haben wir schon was. Das wäre nützlich, ne Schmiede. Hab ich schon ne Schmiede? Ne, ich wollte ne Schmiede bauen. Hab ich ne Schmiede gebaut? Ne. Ah, gut, die bauen jetzt da. Jetzt baue ich jetzt mal den ganzen Hütte. Ziegelhütte. Aber mehr Leben ist ja immer nicht schlecht. So. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Wie sieht das aus hier? Hm, okay. Oder die brauchen. Ja. Ein Bauernhof kriegt da. Kann hier hin. Oh, da hat's grad gelackt. Oh. Fuck, Alter. Wenn mal... Hier unten stehen noch mehr Wölfe. Oh, sag mal. Ist das euer fucking Ernst? Ich tue mein Bestes. Ohne Scheiß. Die sagen, äh, jetzt kommt die Barba an, nicht mehr. Äh, jetzt kommt jetzt einfach nur noch... Die 5,000... Nein, die haben den Leibang genommen gebracht. Oh mein Gott. Alter, ohne Scheiß, ne. Äh, okay, die wollen nicht mehr, die wollen nicht mehr, die wollen nicht mehr. Graf die Wölfe an. Ah, Drake ist schon hier, Drake ist schon hier. Snip mal einen weg hier. Bam. Es gibt zu wenig Betten, wenn wir mal voll auf die Hochschule gegangen sind. Einfach drifter, Leute. Für Ruhm und Ehre, du nicht. Ja, ja. Scheiß, Blöfe. Wir haben jetzt den Leibang genommen gebracht. Jetzt mach ich mir noch einen. Ah, ja, Leibang sind ja auch immer so sehr teuer eigentlich. Wirklich, Pilgrim, du bist kein Leibangener, gedeckt dann. Du kannst dich gerne auch als Leibangener anbieten, Pilgrim. Äh, stell dich mal hier an. Du kommst dann hin und... Ah, hier ist noch einer. Ah, hab ich nicht gesehen. So, und läuft hier nochmal zurück. Und... Oh, ne Scheiß, ne. Hmm. Ja, das ist ja langsam ein Problem da hinten. Die sind doch bestimmt einfach rübergekommen. Ich kann doch dann mal hinlaufen, ne. Das ist eine gute Idee. Jetzt kommen sie übrigens wieder. Angriff! Weil... Oh, ne Scheiß, ne. Ich brauch unbedingt mehr Truppen. Ihr da könnt ihr... Nee, die anderen... Ihr da könnt ihr jetzt mal diese Schmiede bauen. Ich brauch diese Schmiede. Aber pronto brauch ich diese Schmiede. Braucht da mal eine Schmiede hin. So. Weil... Das würde mir sagen, es ist nicht zu blöd. Ich muss ja mal reinlaufen. Dann kommen zwar an dieser Seite wieder die Wölfe. Ja, lauf denen mal hinterher. Ich möchte mal sehen, wo da noch mehr steht. Vielleicht ist da wieder so ein fetter Spawnpunkt oder so. Och. Na, ihr macht... Ja, wenn ihr schon da seid, könnt ihr gleich mal da bleiben wegen Wölfe. Ähm... Hier sind anscheinend auch noch welche. Wo denn? Ist doch nix. Das können ja nicht mehr so viele sein. Das war's jetzt, glaube ich, ne? Holt, das nervt mich langsam, ne? Sagen sie mir schon hier... Oh, das sind so coole Steine. Ja, grün. Dann sagen sie mir schon, ja, jetzt kommt keine Barbaren mehr. Dann kommen sie, dann kommen sie. Dann laufen sie auf anders hin. Ja, 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 ja. Wir brauchen schon Essen. Essen wird immer bewertet. Ähm. Ihr kriegt eure Wohnhausplätze. Ihr kriegt noch einen Bauernhof. Hier drüben wollte ich natürlich auch nochmal einen ausbauen. Ja, ihr könnt nur zurücklaufen. Zu den anderen. Wie ihr befehlt. Ähm. Und die anderen, die sind hier. Können auch mal wieder zurücklaufen. Ah, ne, warte mal. Nein, 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 nein. Das hab ich gesehen. Das hab ich vollkommen gesehen, Alter. Die laufen mir hinterher. Ne, 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 ne. Die hab ich gesehen. Die hab ich gesehen. Ich tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Es gibt zu wenig Betten in Nordrhein-Westfalen. Oh mein Gott. Wollt ihr halt schlafen? Ich hab die halt gesehen, ne. Hier oben. War der eine Fuzzi hier. Der eine Fuzzi. So, sonst können wir wieder zurücklaufen. Ich tue mein Bestes. Okay. Wem, wem fehlen Wohnhausplätze? Bauer. Holz und Stein. Ach, keine Ahnung, Alter. Ähm. Ja, Holz. Holz brauch ich jetzt ein bisschen was, ne. So, wie's aussieht. Habt ihr mal was. So. Ah. Ich glaub, das haben wir jetzt hinter uns. Aber ich hab wirklich schon gedacht. Ah. Ah, die sind angekratzt. Na, egal. Ist ja nicht viel. So, wirklich. Die sagen mir so. Oh ja. Macht ihr keine Sorgen. Alles super. Boah. Dann kommen sie andere. Von beiden Seiten. Die scheiß Wölfe. Die sind stark, Alter. Ich bauch halt mehr Verteidigung gegen die Wölfe, ne. Ich dachte halt, so Wölfe sind halt Wölfe, ne. Das sind halt nur scheiß Wölfe, aber... Ich bin nicht mal so schlecht, die Wölfe. Ähm. Ja, Wohnhaus. Was ist mir gerade... Wenn es wirklich eine Bauern... Ist es wirklich eine Bauern? Die sind mir sowieso egal. Weil Essen kriegen die sowieso. Was ist überhaupt hier los? Mal, wer steht denn hier? Hier steht irgendwer. Dann hältst du ja Drake. Da steht Drake. Was macht der denn da? Es ist Zeit. Lauf mal dahin. So. Ähm. Ja. Äh. Mir ist das Gefühl, ich habe noch nichts richtiges geschafft, diese Folge. Ich bräuchte vielleicht einmal einen Sägewerk, aber ich möchte nicht mit meinen Leibangeln da oben latschen, um Holz zu machen. Das ist halt richtig scheiße. Du musst halt immer Holz mit den Leibangeln abbauen. Das ist irgendwie schade. Einziger Rohstoff, den du nicht abminen kannst, weil ein Förster ja irgendwie zu... weiß ich nicht, was hergeholt ist für einen Beruf oder so. Na, egal. Ähm. Auf jeden Fall. Hoch. Ja, was machen wir dann als nächstes? Eine Uni? Ich weiß halt nicht. Ich will mal schmieden. Wir können ja schon mal Sachen ausbauen. Taler und Eisen. Von beidem recht viel. Können wir ja mal machen. Jetzt scheint wirklich Ruhe zu sein, endlich. Jetzt wo ich den Rest ja schon da war. Taler, Eisen. Kettenleder, das ist natürlich... Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Was jetzt schon Not tut. Was Not tun tut, ist wahrscheinlich noch nicht, aber... Ey, haben wir natürlich gute Truppen. Haben wir noch mehr von denen? Hör den ein. Die kann man auch rekrutiert werden, oder? Die möchte ich nicht verlieren. Generell, ich kann es aber mal nachrekrutieren. Ähm, ja, ihr... Könnt mal hier hin... Wie ihr befehlt. Die kann man auch halt nachrekrutieren, wenn ich... ...mich richtig entsinne. Na, ihr läuft schon. Na, genau. Okay, ihr läuft auch mal hoch. Ich glaub, die kann man nachrekrutieren, lieber Bahn. Das finde ich halt ganz lustig. Ich glaub, das geht. So, ihr kriegt schon mal zwei dazu. Das kriegt ihr nicht, nein. Äh, gut. Es ist so, wie grad nichts los ist. Und, äh... Jetzt ist jetzt die Frage, kann... Ah, nein. Kann ich nicht? Kann ich bei der Burg nachrekrutieren? Weil der Burg kann man meist recht vieles nachrekrutieren, eigentlich so gut wie alles. Äh, kann ich nicht bei der Kaserne? Das ist eigentlich schade. Zumindest ein entsprechender Militärgebäude. Äh... Eine, die anderen kann man mit dieser, dieser, mit den... Überhaupt, wenn man so einen Wolf auf dem Kopf hat. Die hier nicht, ne? Scheiße. Kann man die vielleicht... Naja, in der Tavernen nicht, ne? Ah, ah. Sehr nice. Breitschwertkämpfer. Nee, kann ich sie auch nicht, ne? Na, dann halt nicht. Dann ist es so, kann ja auch nichts machen. Äh, Mathematik, ja. Wir könnten hier hinten eine Brücke hinbauen, aber ich weiß halt nicht. Hier sind wir schon die Operbahnen und so, ne? Wenn die hier übers Wasser kommen, das ist das Dümmste, was ich machen kann, eine Brücke hinzubauen. Dann können sie ja immer kommen. Woher Spaß ist es, ähm, hm. Wenn ich eine große Armee habe oder so, als, als dieser Tag noch mal kommen wird. So, ähm... Garnison, Lehm und Stein. Stein haben wir recht viel Lehm. Ach, 200, fuck it. So, ähm, kann man schon mal eine Garnison bauen. Hm, das ist ja die Frage. Oh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf den Wölf angegriffen werden. Die Bestien müssen irgendwie ihre Unterschliffe besitzen und diese gilt es auszuräuchern. Ja, das sehe ich auch so. Erkundet die ausgedehnten Waldgebiete zu beiden Seiten der... Übrigens, es schneit wieder. Scheiße. Zu beiden Seiten der Hauptstraße. Wölfe finden wir auf den verlassenen Ruinen, wo sie ihre Brut ungestört großziehen können. Sprengtürgen mit einer Bombe in die Luft. Pilgrim kennt sich mit Sprengstoff bestens aus, in der Tat. Hm. In Ruinen. Was ist das hier? Irgendwie sind eine Ruine? Ausbau abgeschlossen. Der Pilgrim kann mal da hinlaufen. Langs der Pilgrim? Oh, jetzt kommen sie hier schon. Eine Kanone. Oha. Kanonen finde ich jetzt ganz ehrlich nicht so geil. Lauf mal. Die Tower klicken hier, wenn da in Range ist. So. Fuck, jetzt kommen sie schon mit Kanonen, Alter. Ich brauche mir einfach einen Wetterturm, ne? Was brauchen wir für Wetterturm? Ja, wir brauchen Alchemisten hinten. Wir haben hier ein Schwefel... Ah, Schwefel bin jetzt hinten, ne? Wir brauchen auch noch viel Schwefel. Ich weiß, ob das reicht. Naja, das reicht ganz sicher nicht für den Wetterturm, das wir haben. Wir brauchen Eisen für... Das ist halt das Problem. Ausbau von Schmieden und Ziegeln. Ausbau von Alchemisten. Wir bräuchten halt auf jeden Fall Metallurgie. Von Grobschmieden, Eisen und Schwefel. Wir haben immer echt viel Eisen, aber ich weiß halt nicht, weil... Aber wir sind die Garnison, können wir halt... Wir können halt nochmal ausbauen, ne? Das ist halt auch Thaler und Eisen. Machen wir halt mal zwei und baue schon mal aus. Machen wir jetzt schon mal Langstreikkämpfer, das ist halt schon mal echt nice. Wenn wir dann halt noch zwei haben, dann kommen wir auch bald schon wieder an unser Bevölkerungslimit. Und ich muss halt weiter forschen mit den Sachen hier. Hier hinten ist ja irgendwie... War ich nicht hinten sogar ein Siedlungsplatz? Oder war da wirklich auch der Insel? War das noch meiner... Meine Fantasie hinten? Hier war... Hier war einer, genau. Oh fuck. Das sieht schon mal sehr toll aus hier. Haben wir hier schon einen Turm? Wir brauchen hier ganz... Oh, ganz dringend einen Turm, Alter. Mindestens einen, wir brauchen halt hier so einen. Baut man einen Turm? Jetzt vielleicht noch nicht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hasse es halt, wie die da oben schon hoch snipen können, ne? Ey, die schießen meine Bergmänner tot. Das ist doch Wagen, Alter. Könnt ihr es wagen? Oh fuck, Kanone. Ah, ist halt nur einer. Das ist eine Kanone, ne? Du kannst auch mitmachen, ne? Mach mal drauf da. Mach mal drauf da. Mach mal, Drake. Zack, Alter. Kanonen sind immer scheiße. Kanonen können da richtig Schaden rein drücken, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Meine Bogen schützen hier. Spaß, dies. Okay, weg, 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 weg. Wir haben schon langes Schwert. Wir haben schon langes Schwert jetzt. Oh, wir sind halt denn da eh hoch. Auf in den Kampf. Auf in den Kampf, in der Tat, so. Wir haben schon, wir haben hier noch, ah. Nice. Oh, haben die nicht gleich, ach so, die waren schon vorher durch, ne? So, ähm, Abwicklung ist hier hinten, scheiße, ja, okay. Hier ist eine Ruine übrigens. Können die Brut ausräuchern. Wo ist Yuki eigentlich? Wir müssen mal ein paar, ein paar Shuriken... Das hat ja gar nichts gebracht, Yuki, was, was sollte das? Jetzt sind es, glaube ich, nur noch so ein paar... Ah, die haben halt fünf Leutungen gebracht. Hier, Spaß, dies. Egal. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eine eurer Arbeiter wird angegriffen. Oh, das war knapp, Alter. Das habe ich gar nicht gesehen. Haben die einen gekriegt? Ah, die haben einen gekriegt? Was für Arschlöcher. Ich glaube es nicht. Hier habe ich einen gekriegt. Nur noch sieben. Ah. Und denen haben sie auch was gekriegt. Ja, da stehen nur... Aber hier könnte man den Turm weiterbauen. Natürlich. Das ist der eine, dann kannst du auch den Turm weiterbauen. So. Pilgrim. Mama, weg die Kacke. Ach so, nee, warte mal. Leg die Bombe mal da hin. Boom. Okay. Sehr gut. Ah, keine Wölfe mehr. Fuck yeah. Ah, ein Wurfdruck zu geändert. Na, das stimmt nicht so ganz. Na, der ist jetzt einfach nur fertig. Wird gemacht. Ich kann nur hoffen, dass die nicht mehr von hier oben kommen. Na, so wirklich. Fertig, Meister. Fertig? Mach mal einen Ballistaturm draus. Als Stein. Aber Stein haben wir mega viel, das halt richtig nützlich ist. Am liebsten, die hier oben halt auch nochmal einen, damit die erst auf den Turm gehen. Wie viel kostet das in dem Ausbau? Äh, jetzt hab ich den rein. Jetzt mal Aussichtsdarm hier oben. Wer ist schon bald, ist da. Wie kostet das in dem Ausbau? Na, ja, irgendwo hab ich noch einen. Holz und Stein, okay. Naja. Ich merk auch grad, ich hab nur wieder eine mega lange Folge fabriziert. Ähm, ja. Also wie ich sagen, beende ich erstmal die Folge. Und ja, falls das Video gefallen hat, dann gebt mir wieder einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei die Siedler. Und bis dahin, euer Sana. Und bis dahin, euer Sana.